hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer hier auf der galgenberg mit den senioren mark nico sascha thomas marco michael marco sind dabei hallo 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 wir befinden uns im juni weil ich gar nicht mehr viel zu tun und deswegen haben wir uns das gegönnt in einen tag weiter zu springen glaube dass es da alle dann entsprechend ihr ok geben ist das glaube ich die richtige variante ist so zu machen dass einfach weiterzugehen warum ist es voll thomas bringt mir gerade freundlicherweise noch ein schluck wasser und ja dann schauen wir mal gucken wie es weitergeht haben die jetzt echt nachwuchs gekriegt weil die kriegen ja immer noch für nachwuchs die küken hier die hühner damit machen wir einfach immer nur die gesundheit kaputt ja oder du musst es halt ausstellen dass halt nicht über belegung zulässt und dann ist es ja vorbei dann halten sie an er ist jetzt so kriegst kriegst hat auch kein nachwuchs mehr die zehn der die überbelegung steht ja die ja nur runter wenn du das nicht gleich wenn du dir dann ich vielleicht dafür druckst du direkt kommen ja aber die das witzige ist das problem ist dass ich hier kosten dafür habe ja so nee das ist bei null das kostet es passt alles gut ja aber danke thomas fürs wieder fürs kümmern fürs kümmern und natürlich fürs wasser auffüllen auch dankenehm ob so ein bisschen angst den als immer mit dem deutsch durch die gegend wahrscheinlich wundern das ist die zuschauer schon weil ich nicht den klas fahr dann nutzt er sich auch ab und dann muss ich den irgendwann reparieren und das kann ich mir nicht leisten was Sebastian überhaupt mal gesehen hat genau dann gibt es nämlich dreck mecker wenn Sebastian das mit kriegt aber ach so guck mal wir haben hier aber Gras das können wir tatsächlich machen machen dürft ihr den mehr weg noch mal holen oder braucht ihr das gerade im moment brauchen wir es gerade selber ok ich komm mit aufbereiter und du musst das pro mehrwerk einstellen bitte wenn du eine mission abgeschlossen hast dann sag bitte bescheid dann würde ich nämlich die flugmission machen hier ist wohl auch langweilig oder du wirst ja diese 1000 2500 euro flugmission machen ok war gut und wenn du mal einen briefkasten geben würdest ich glaube du hast post ich habe post sie haben post ich glaube ich gehe den tiere haben erst noch mal genug sowas mit den produktionen und der wieso ist denn hier da fehlt saatgut ich dennoch saatgut deine beschissene dinge sind das die durch eben mal rein hast du die 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 gerade anzahl noch mal afk sascha du kannst dann bei marco schon mähen dann auch ne ja gut ich brauche milch eigentlich erstmal ein bisschen milch aus dem stahl holen damit das laufen kann so ein saatgut kriegte ich auch beim beim landhandel ne irgendwann werde ich mir vielleicht doch noch mal ein großes oder ein größeres fässchen kaufen um die milch dahin zu transportieren mit dem laufen ist ja schön und gut nico probier mal so moment aber irgendwann ist es dann doch vielleicht ein bisschen too much ok hast du auch schwarz eingestellt das hatte ich eben nicht geguckt aber verabschied was sei denn hin so das macht irgendwas mit abkippen musste aber gucken kapiert nicht ja das ist einfach so wenn das mehr weg einfach als anhänger zählt vielleicht ist das so dreckig nico dass der sagt du musst den erst abkippen das ist ganz sauber guck mal ich habe noch gar nicht geguckt ob es irgendwas ach ja könnten wir abgeben ach doch ist das wirklich trauern trauerspiel 1109 gibt es maximal für und der wert ist gerade bei 1020 also marco wenn ihr noch eier habt dann jetzt ja tausend haben wir noch glaube ich jetzt ist der preis optimal ach die können keine schwarz ablage die haben kein kein ding so unten drunter kein förderer ja wird oder frei back in den beiden back in den beiden so dann gehen wir noch saatgut für die Ich muss hungern. Wieder da. Bibi. Dann sollte ich mal gucken wo die Sohn sind, vielleicht können wir direkt mitmachen. Da holen. Ja. Ich hab nen Plan. Habt ihr denn jetzt genug zu tun erstmal? Ilona ist sowieso glaub ich beschäftigt. Micha steht grad noch rum, aber das hat sich auch gleich erledigt. Micha möchte ja unbedingt wieder fliegen. Ich stehe hier vor einem Erntereifenfeld. Wenn wir die Mission annehmen dann verdorrt wird es sein. Weil da Flugmission dran steht. Ja, das wird so sein. Kannst du auch nicht ändern. Ja. Also. Ähm. Falls jemand jetzt noch Milch hätte. Ich würde wieder annehmen. Ja. 8.300 hätten wir. Krass. Ähm. Wir sind nur bei knapp 2.000 Liter. Die 8.000 kann ich auch annehmen. Also wenn ihr die bringen könnt, dann kann ich die annehmen. Ich hab's fast noch dran. Kümmerst du dich drum, Thomas? Ja. Super. Die Sachschubs ist wieder unterwegs. Und äh. Michael, eure kann ich auch annehmen, wenn ihr die noch verkaufen wollt. Aktuell genau genommen 1.949 Liter. Ähm. Thomas magst du dann gleich bei uns mit vorbeifahren und die rausziehen aus dem Stahl? Also gut, da muss einer von uns kurz reinhopsen, weil das wird sonst wieder nicht gehen. Ja. Und dann könntest du die in einem Schwung Mario senden. Erstmal schauen, wo bei uns die Milch rauskommt. Ah, da vorne. Aus dem Euter. Ja. Ich wollte's grad sagen. Das ist ja nicht, wo die bei euch so rauskommt. Aus dem Roboter. Das kann durchaus auch sein. Aus der Kuh. Aus dem Kühlregal. Nur Kuh. Apropos. Wir haben. Ein Kalb. Männlich. Gleich weg damit. Na bravo. Ich dachte, bringt das gar nix? Hast du da nix von? Nee. Du kriegst ja nix. Also du kriegst weder was. Also du verfütterst dann mehr, als dass du dann fürs Fleisch kriegst, wenn du es dann ausgewachsen verkaufst. Okay. Dafür musst du es halt 24 Monate durchfüttern. Ja. Dann kriegst du halt bei den Milchkühen noch schlimmer, wenn du dann halt die anderen hättest, die anderen Sorten, die halt ja auf Fleisch, auf Zucht sind, da ist es dann halt anders. Da kriegst du ein bisschen mehr Geld für Bullen. Ja. Aber bei den Milchkühen kannst du es vergessen. Das rentiert sich nicht. Ich hab dir die Mission mal abgeschlossen und ja dennoch eine Düngemission wieder angenommen. Ach guck mal, wir haben auch ein Kalb. Danke. Ich dachte mal, das ist besser, als das Pflügen jetzt vorzuziehen. Wieso haben wir denn jetzt dann auch ein männliches Kalb? Hätten wir nicht immer ein weibliches Kalb kriegen müssen? Ne, ist zufällig. Ja, aber wenn die anderen doch ein männliches haben, müssten wir doch ein weibliches kriegen. Ja. Also wir können ja unser männliches bringen, dann hast du zwei. Ne, kannst du vergessen. Die 80 Euro. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich war ja bei euch nach dem Futter gucken vorhin und ich war ein bisschen... War das jetzt Zufall oder habt ihr das Kälbchen in den Kälberstall gebracht? Ne, wir haben tatsächlich zwei Kälber für den Kälberstall gekauft. Ach so, nochmal. Okay, weil ich hätte mich dann gefragt, wie das da rüber gewandert ist. Ja. Weil übertreiben geht ja nicht. Ne, ne, wir haben es wirklich gekauft. Weil ich gesagt hab irgendwie, damit diese... Mit dem Mist... Ja, ich hatte halt gehofft, dass dadurch dieser Fehler behoben ist, aber das war nicht das... Wir müssen... Trotzdem... Im... Stall der Kälber... War gut, 43, 44, ne? Ja. Ähm, Thomas? Ja? Wenn du gleich soweit bist, kommst du nur mit dem Unimog zu 77? Bitte? Ja. Ja. Also, wir haben jetzt 8336. Mhm. Ja, macht ja gleich mit Rechnung fertig alles, ne? Großzügig mähen, oder? Äh, nicht ganz so weit am Rand, weil das ist da so uneben, dass das da... Ich mein zur 45, oder was soll es hin? Die sind zusammengelegt. Die kannst du... Da kannst du durchgehend, also zwischen... Achso. Ja, die 45 wollte ich dir nicht mähen. Ne, die 45 nicht, da ist Hafer drauf. Den lässt du stehen, bitte. Ja. Aber ob ich dazwischen, äh, großzügig mähen soll? Äh, lass ruhig einen Glühstreifen für die Bienchen da. Da ist übrigens ein Traktor im Shop, der für diese Karte noch nicht mal schlecht ist. Ne. Abgelehnt. Du lehnst den ab, weil der nicht grün ist? Ne, das hat damit nichts zu tun. Okay. Aber ansonsten ist er doch kein schlechter Traktor, oder? Schlecht ist er nicht, der wäre mir nur zu leistungsschwach. Ja. Okay. Der hat zu wenig PS, weil da kriegst du ja nicht mal unsere Flüge mitgezogen mit dem Ding. Na gut. Also, ein bisschen mehr sollte es schon sein. Ja, es ist ein Schnäppchen. Wir haben es auch, ne? Micha hat es schon bemerkt und hat es auch mit mir diskutiert. Achso, das war die Nachricht im Posteingang. Genau. Aber haben dann entschieden, dass uns der nicht reicht. Okay. Ja. Da würden wir mal. Dann haben wir nichts gesagt. Weil wir brauchen ja nicht unbedingt was mit Frontlader. Aber da würden wir uns mal schlechtern jetzt. Also das wäre blöd. Also jetzt mal ohne Quatsch. Ich weiß nicht, warum ihr diesen Deutz für 12.000 nicht kauft. Der ist doch ein wunderbares Frontladergerät. Der kann Frontlader. Der im Shop? Oder was? Ja, der von Mario da. Ja, der im Shop, der kann auch Frontlader, genau. Mario ist schon nicht mehr drin. Ne, ist nur der Kubota. Ne, der Kubota kann ja trotzdem auch Frontlader. Ja, aber nur dafür, dass wir jetzt da einen Frontlader dran haben, dann möchte ich schon einen stärkeren Traktor haben, der auch Frontlader kann. Ah, okay. Aber wie gesagt, der kleine Deutz, der für 12.000, der kann auch Frontlader. Aber den kaufen wir ja nicht. Das ist ja dieses Speed-Ding, was wir ja eigentlich nicht drauf haben wollen, oder nicht? Nein. Hier dieser DX. Ah, hier ne Quatsch. Dieser Oldtimer. Ne, das wäre ich wieder keinen zusätzlichen. Marco, wollen wir den kleinen Stier über einen Shop verkaufen, oder soll ich ihn hoch zum Tier einladen bringen? Wie willst du den da hochbringen? Unser Anhänger können wir umkonfigurieren zum Tiertransport. Quatsch, echt? Wollen wir mal sie reinlassen. Ist das der Bereich da? Ja. Der kann alles. Der kann ballen. Schüttgut. Man müsste nur einmalig investieren für 6.000 Euro. Dann haben wir dann generell auch die Möglichkeit, Tiere zu transportieren. Wie viel würde der wegbringen? Das ist cool. Also wie viel kriegst du da rein? Eine. Sicher im Tiermenü nicht. Keine Ahnung. Die 6.000 Euro kannst du dann besser so verkaufen. Jaja, das ist definitiv so. Die kriegst du mit dem Tiertransport nicht wieder rein. Ja, es geht eigentlich mehr um das Tun und so weiter. Ja, also wenn du den Spaß haben möchtest, dann investiere ruhig. Dann konfigurierst du den einmal um. Dann haben wir es mal gesehen. Können wir es mal testen. Dann fährst du noch bei Mario vorbei und holst seinen Bullen auch ab. Kannst ihn gleich mitnehmen. Okay. Also falls Mario seinen loswerden möchte. Gerne. Wenn er nicht schon geschreddert ist. Nee, nee. Noch am Hof. Dann sacken wir uns das Geld dafür ein. Ja, bitte. Mach mal das. Wollt ich so üppig nicht mit unserem Geld umgehen dürfte im Moment. Aber... Nein, wir teilen dann schon. Nee, mach mal. Mach mal. Fürs Wegfahren. Und wenn ihr das wirklich konfiguriert, die 6.000, dann sollen euch die 80 Euro, die sollen euch gegönnt sein. Oder 100. Ja, das kriegt ihr dann wahrscheinlich 100, ne? Der Spaß ist es uns. Ja, bestimmt. Kriegen wir 100.000 für den Skype. Hm. 100 Euro. Also... Ich rede nicht in 1.000, ich rede wirklich in... Ich rede hier nur in 1.000 an. Ähm... Micha, die Rechnung hast du geschrieben? Äh... Thomas, Entschuldigung. Nein, noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Für die Milch kannst du super Rechnung stellen. Gibt's den Milchpreis? Haben wir eh einen Fixpreis gemacht. 1.250. Und dann gibt's noch die Literzahl ein. Und bei dem Milchpreis gibt's dann nicht 1.250 ein, sondern 1.25. Also... Wir gehen 1.000 an. Und dann hast du... Ähm... Eine super Rechnung für den Mario. Also bei euch... Ihr müsst Rechnung schreiben über 2.027 Liter. Oh, hatten die schon wieder... Oh, hatten die schon wieder... Ja... Nochmal... Nochmal durchgepuddel, gell. Ja... Wie viel? 2.027? Ja. Danke. Konntest du die selbst rausziehen, oder? Ja. Okay, wie so ging das jetzt? Thomas, soll ich das machen oder wolltest du mal probieren? Äh... Mach mal. In einer ruhigen Minute erklärst du mir das dann. Hm. Mario, ich kann gleich deine Käserei füllen. Ja. Ja. Neh mal Rainer. 10.363 Liter. Aber jetzt mal gut festhalten, liebes Kalb. Wieso ist das? Weil du zu hoch steht? Ne, weil es zu klein ist. Ach so. Zu viel Platz ist. Hat viel Platz in einem Anhänger. Wie viel gehen denn... Ach, das sieht man da nicht bei der Konfiguration, wie viel da reingehen? Doch, eigentlich wenn ein einlädst, müsste es eigentlich anzeigen, wie viel da reingehen, ne? Äh... Oder wenn da drin ist... Hier steht's doch. 4 Kühe, 5 Schweine, 6 Schafe oder 3 Pferde. Ja, aber das ist ja nicht so schlecht. Ne, das finde ich auch für die in Ordnung. Ist immer noch besser, als so Tiertransporter zu kaufen. Ja. Thomas, wie viel Liter waren's bei uns? 8.336. Runden wir ab. Auf Tausender oder auf Hunderter? Was sagst du? Auf Tausender abrunden oder auf Hunderter? Ne. Was meinst du? Oder was willst du machen? Ach... Ach so, was ich mach? Mach 8.000, dann kann man es besser rechnen. Ja. Also machen wir glatt füllen. Was? Schafe. So. Ist gestellt. Dankeschön. Danke auch. Danke auch. Ja, noch hab ich nicht bezahlt. Von uns ist auch da. Für die Abnahme. Ja, okay. Wo soll ich euch das Fass hinstellen? Äh, wenn du die bei uns... Von welcher Seite bist du in den Hof reingefahren? Von hinten oder... Äh, von unserer... Von unserer Hofseite, ja. Würde ich jetzt fahren. Auf den Reingang. So wie die Milch kohlt ab. Ja. Ich weiß ja nicht, wie du hingefahren bist, um die Milch zu holen. Von hinten an den Hof... Direkt auf die Milchzapfstelle zu. Okay, dann fährst du um den Stall rum und genau in die Halle gegenüber, da kannst du es so quer rückwärts reinschieben. Okay. Dass dann der zweite Anhänger noch mit reinpasst. Die zweite Rechnung hast du aber nicht gestellt, Marco. Jetzt. Ich hab jetzt nur eine bezahlt. Das war unsere. Ja genau, ich hab auch keine andere drin. Ich weiß nicht, wie du die gestellt hast. Also, der kann die gerne bezahlen. Ich hab wahrscheinlich... Ich seh die auch nicht. Hey. Mark. Was ist denn den her? Die gab's günstig. Ich hab einen Bruder gekauft, oder was? Ne. 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 Ich hab gar nicht gekauft. Schwader. Schwader? Ja, mit... 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 Mit zwei äh... Bade Dingern. Nicht nur mit einem. Mit... Mit zwei Kreisel meinst du. Zwei Kreisel. Von Fendt. Ah, cool. Das ist der Pack hier. Ja, war im Shop. Mhm. Schön. Komm Geld her, hab ich's grad nicht mal gesehen. Aber jetzt müsste sie da sein, ne? Da haben wir auch nicht ganz so viel drauf bezahlt zu dem anderen. Nicht schnell. Jo. Ist da. Ja, ich hab die nicht... Ich hab's zwar eingegeben, aber ich hab's dir dann halt nicht weggeschickt. Ich bräuchte allerdings noch so sechs, sieben Minuten. Dann kann ich das bezahlen. Dann geht das wieder los, ne? Dann siehst du ja in der Geldübersicht bei neuer Fahrzeuge, was er dann gekostet hat. Ihr dürft ja auch ruhig sagen, was der gekostet hat. Was sind die für eine andere? Achttausend hat der jetzt gekostet. Also... Den alten abgezogen, ne? Oh, Schnapper. Macht halt die doppelte Arbeitsbreite. Ja, ist dann schon... Ja, es spart halt den Rückweg jedes Mal, ne? Jo. Oder den Hinweg. Nico, du verursacht einen Stau, glaub ich. Ja, das wird wohl nix. Aus eurem Stall komm ich nicht an den Trigger dran für, äh... Tiere aufzuladen. Oder es ist eine Berechtigungsproblematik. Bei uns? Ja. Ähm... Siehst du denn die Trigger? Also ich sehe diese Pfoten, ne? Aber du hast da... Eigentlich hast du... Habt ihr ja bei uns noch recht, oder? Ne, das hatte ich auf dem Hof auch Mario. Da hat auch Willi oder Thomas für mich eingeladen. Okay, das heißt also Tiere verladen geht so nicht? Ne, nur derjenige, der auf dem Hof ist. So wie auch, ähm, bei der, bei der Saalwinde. Die kann auch nur einer setzen, dem die gehört. Okay. Ähm... Ja, da müsste ich jetzt zum Hof zurückkommen. Das, äh... Ich würd gern den Auftrag wenigstens zu Ende machen, eben. Oder ich verkauf so, wenn du nicht, äh, warten magst. Ich, äh... Im Moment hab ich eh sonst nix, von daher. Wie, bist du mit Flügen schon fertig? Ne, ich hab ja dir die, äh, die Dünge-Mission, die dritte angenommen. Die ist doch schon wieder fertig. Die ist doch schon wieder abgeschlossen. Oh. Oh, oh, oh. Äh... Nein, wartet da, bis... Ich brauch ja nicht mehr lange, ja. Ja. Obwohl man sich auch ein bisschen, äh, verschätzt mit dem kleinen Düngerstreuen, brauchen wir schon auch eine Zeit. Niko, bist du noch da? Niko, bist du noch da? Ja, da stehen die Fahrzeuge kilometerlang auf der Straße. Ja, ja. Sag ich ja, Niko verursacht einen Stau. Was? Und das war das. Und das war das. Hagen, ich bekam. Das ist einfach so, jedes Projekt muss halt seinen Schläfer haben. Dann wären's hier ja schon zwei, oder? Jetzt, ja, wir haben jetzt schon zwei. Das ist aber auch, wir sind auch älter. Naja. Je älter die Gruppe, desto mehr Schläfer. Warten mal ab, noch zehn Jahre weiter, dann schlafe ich auch ein hier. Das wird dem Video bestimmt super rüberkommen. Schon fertig, Thomas. Vor allem, wenn die Kamera an ist, ne? Ja, genau. Die, ähm... Der Stefan hat vor einiger Zeit erzählt, es gibt ja tatsächlich, ich hab mir mal gedacht, das wäre so was aussage, wenn ich aus Amerika, dass die irgendwie so ein bisschen durchdrehen. Aber es gibt wohl tatsächlich diese... Sabatons. Kennt ihr das? Nein. Was? Ja, das sind... Das ist auf Twitch. Ähm... Und die Leute geben ein Sub ab, gerade so in diesem September, ne? Im September kriegst du diese Twitch-Subs ja günstiger. Ja. Mhm. Mhm. Und, ähm... Dann geben die Leute Subs ab, und für Stufe eins gibt's eine Minute, für Stufe zwei, zwei Minuten, für Stufe drei, drei Minuten, die der Streamer weiter streamen muss. Mhm. Mhm. Und das nennt sich Sabaton. Und, ähm... Ah. Da gab's wohl einen, der hat das gemacht, und der hatte schon 96 Stunden auf der Uhr. Oh, schön. Ja, und dann kannst du ja gar nichts anderes machen. Dann musst du ja pennen, während die Kamera läuft. Dann musst du ja irgendwas... Dann musst du dir ja irgendwo drauf... Ich weiß nicht, ob du dir eine Matratze hinlegst oder sowas in deinem Stream-Zimmer, oder... Aber... Du kannst ja nicht irgendwie 96 Stunden durchstreamen. Das ist ja... Und, ähm... Irre. Also, wenn er dann aber dann auf dem, äh, auf seinem Streamingstuhl dann einschläft, Kopf, äh, nach hinten, Mund auf, dann müsste man aber schon, äh, als Zuschauer so, so virtuelle, äh, äh, Papierbällchen dann in den Mund schmeißen können und so. Meiko, in den Silo, oder? Ähm... Oder in den Stall? Ne, in der... Ja, doch. Den Stall auffüllen, den Rest eher in den Silo und die ganzen anderen Sachen in den Fermenter. Also, ich habe jetzt den Fermenter, aber in den Silo. Ja, mach, mach, ähm, mach's das schon. Ich bin unterwegs, Michael. Ja, kein Problem. Ja, genau. Dann kannst du dir auch den Viehhändler, den Viehwagen mal anschauen. Ja. Wenn ich da an der falschen Stelle stehe zum Einladen, dann ist das... Ja, ich glaube, der hat ja zwei, der hat zwei, ne? Musst du auffassen, du hast einmal den Kälberstall und einmal den anderen Stall. Ja, das ist egal. Wenn wir ein männliches rausholen, dann ist es ja richtig. Genau. Völlig egal, wo er es rausholt. Außer, in dem Kälberstall sind zwei Kälber drin. Ja. Musst du am richtigen Trigger stehen, meinte ich, zum Rausholen, denke ich mal. So, das ist 43, 44 war das, ne? Hallo, Thomas. Hallo. Ach, 43, 44, ne? Ja. Ja. Immer noch. Ja, das Schwaden hat Gleichberechtigung, ja. So, dann gucken wir mal. Mähen und Schwaden. Mhm. Ich weiß gar nicht, kommst du hier da dran? Ich hab keine Ahnung, ansonsten... Nee, nee, das ist tatsächlich nur das für die Kälber. Das andere ist nämlich hier. Ich denke aber... Muss ich mal von der Seite reinfahren. Ja, wollte ich grad sagen, genau. Muss ja von da mal reinfahren, ja. Mach mal eben zu, bevor die Gertrude hier rausläuft, ne? Ja, ist klar. Aber tatsächlich sind, ähm, dürfte jetzt hier, wie viele Monate haben wir denn? Ich hab das Gefühl, dass hier schon Kühe ausgewachsen sind. Ne? Ja, unsere ist auch ausgewachsen gewesen. Jetzt hat er auch das erste Mal... Ja, obwohl wir haben eine große gekauft, eine ausgewachsene gekauft. Ne, wir haben hier... Pass mal, wir haben hier Fersen gekauft und die sind dann natürlich dann jetzt auch auf 22 Monate gekommen und damit ausgewachsene Kühe geworden. Ja, Milch gibt's aber erst ab 24. Ja, gut. Mach ich mal jetzt da durch, ja? Ja, genau. Aber bitte langsam, ne? Hier sind, äh, empfindliche Geräte. Ich mag, was ich brauche, wie viel von Schwaden. Ja, oder? Warte, was? Okay. Seid ihr schon fertig mit dem Feld oben? Jetzt, glaub ich, eine Bahn noch. Schwaden ist fast fertig. Okay. Also, wenn du da weiterfährst, dann haben wir von den 80 Euro nix mehr. Hahaha. Ah. Gibt natürlich Kratzer im Tor, aber... Bring das Mähwerk zurück, ey? Ja, jetzt ist noch ein bisschen zu knapp. Im Hof, ja. Mario wolltest du haben, oder? Achso, das Frontmehrwerk. Mario, oder wolltest du beide haben? Hm... Ne, das Frontmehrwerk, das reicht mir, glaube ich. Hier sowieso alleine. Ansonsten könnte man über zwei reden, aber... Ist grün, oder? Ne, orange, gelb. Ufo ist wieder da. Grün ist Salona. Jo, reicht schon. Ja. Klapp mal aus, jo. So. Männlich. In den Anhänger. Dieses Tier kalt-männlich-Holstein, jo. Du solltest jetzt zwei drin haben. Jo. Alles klar. Guck mal. Grüß sind sie. Mhm. Ein bisschen verloren in dem großen Anhänger. Aber... Früher kam die tatsächlich immer auf die Mistplatte. Ja. Ja, dann der Abdecker abgeholt. Hm. So, dann mach ich mich mal auf die Suche nach dem Tierhändler. Ja. Viel Spaß, ne? Und, äh... Dankeschön fürs Mitnehmen. Alles klar. Kein Problem. Ja, merkt ihr dann, was du kriegst, Michael, dass wir das dann auch aufteilen können? Ja. Quatsch. Ähm, solltet ihr übrigens mal... Also... Nur... Ich sag's nur so, ne? Wenn ihr mal so einen Kalb haben möchtet, sagt nur Bescheid. Mein Cousin hat mir schon öfter welche angeboten. Kann man kostenlos da einsammeln. Bei mir auf dem Balkon hat der Pfiffi gerade mal Platz. Der Hund hat seinen Kalb mit dem Kalb. Dann ziehst du dir ran und dein eigenes Steak. Ja. Aber das... Wann kann man das auf den Spieß machen? Mhm. Das finde ich halt schon, ähm, schon relativ krass, ne? Dass du die... Es lohnt sich nicht, das ranzuziehen. Ist schon traurig, oder? Es ist traurig, ja. Und du musst die ja mittlerweile eine gewisse Zeit behalten. Ja. Ich glaub, vor vier Jahren war es noch... Äh... 12 Euro oder sowas, gell? Was er bekommen hat. Eigentlich... Traurig. Ja, das ist mehr als traurig. Kann man gar nicht alles sagen. Ähm... 30 Liter gehen da noch mal. Hier rein. Hier kommt man schon noch ein bisschen Mission machen. Kommt drauf an, was es ist. Jungen. 10 zu viel. Kajo. Kommt, machen wir erstmal. Achso, die Rechnung. Oh, erstmal die Rechnung bezahlen. Dann haben wir gerade drei Euro, dann sollten wir auch... Schulden bezahlen. Dankeschön. Danke. Ist dein Ladewagen dann in Benutzung, Mario, oder können wir uns den ausleihen? Äh, der ist gerade noch voll. Okay. Wie voll? Womit? Mit Gras. Aber den könnt ihr gerne bei uns ins Silo kippen. Ist das aufbereitetes Gras? Ja. Ist das aufbereitetes Gras? Das ist aufbereitetes Gras. Und das ist... Schüttest du das, was geht, in die... Ähm... In die Stelle. Und den Rest jetzt schmeißt du in das Silo rein, wenn wir ein freies Silo noch. Könntest du dann kriegen wir 160 Euro dafür. Ja, siehst du, dann könntest du mal über 80 abgeben. Ja. Ach, ich hab gedacht, man würde mehr kriegen, als beim... Achso, ne, beim Tierhänder, beim Verkaufsmenü musst du... Ähm... Ja. Die Lieferkosten. Genau, das sind die Lieferkosten bezahlen, ja. So war's. Bei dem Gewächshaus fehlt Substrat. Ja. Wie schön unser Raps blüht. Wir müssten viel mehr Raps auf der Karte machen. Wenn man mal 100 Euro überweist, ist die kleinste Summe, die geht, ne? Ne. Ja. Danke. Wäre aber nicht nötig gewesen. Das haben wir jetzt auch noch drauf bezahlt, oder? Ja, die 20 Euro. Pass auf, das nächste Männlichkeit nicht, aber somit, okay? Okay, alles klar. Jetzt hat mich ja schon 6000 Euro für den Hänger ausgegeben. Und dann bringt er das gerade weg und dann zahlt er auch noch drauf. Gute Freunde. Also ich hab gehört, ihr habt das auch. Nötig, ja. 29, 30. Ich glaub, Nico, das hast du nicht mitgekriegt, als du nicht da warst. Der Hänger, den du da ja ins Visier gefasst hast, also den wir haben, den kann man auch noch... Also den kann man umkonfigrieren zum Ballenwagen und auch zum Viehtransporter. Mhm. Doch, hab ich mitbekommen. 6000 Euro sind mir da zu viel. Das wäre ne einmalige Investition, dann... Ja. Oh, hier. Komatsu ist im Shop. Morgen. Komatsu? Warte, nicht Kubota? Das ist ein Komatsu jetzt. Holzröcker. Ja. Ich hab über den Pritschenwagen noch nachgedacht, ne? Du hast kein Geld. Nee, absolut nicht. Du hast kein Geld. Ich habe kein Geld. Ich frage mich, was wirst du, was wirst du mit dem Ding? Ich nix, ich dachte, ich könnte euch anbriesen. Ne, ich meinte jetzt Mario mit dem Pritschenwagen. Ja, ich hatte hier Big Packs und Paletten durch die Gegend fahren, da habe ich jede Menge von. Aber wir haben ja auch einen Anhänger, da kann ich es ja auch drauf packen. Aber mit dem Pritschenwagen, das ist halt irgendwie einfacher. Der sitzt tiefer. Aber wie du schon sagtest, das können wir uns alles gar nicht leisten. Eier sind immer noch gut im Preis, ne? Ich glaube, die verkaufen wir tatsächlich. Ne, Fahrrad nochmal los. Für Eier lohnt es sich nicht, Sprit zu verbrauchen. Ne, Hauptsache, du kaufst das teure Hühnerfütter. Ja, das ist echt ein bisschen traurig. Was passiert denn, wenn ich die nicht mehr fütter? Ähm, mit Hans Nebel, ähm... Verschwinden sie irgendwann. Verschwinden sie, ja. Wenn sie nicht mehr glücklich sind. Also die können verschwinden, aber das ist auch eine Einstellung. Ich weiß nicht, ob das für uns aktiviert ist, ob das ein- oder ausgeschalten ist. Kann man einstellen. Ja. Die sind ja freilaufend. Wenn sie nichts mehr zu fressen bei uns finden, dann werden sie sich wahrscheinlich nicht mehr anders unterkommen. Dann gehen die zum Nachbarn. Ja, genau. Dann finchen irgendwo irgendwas. Fliegen direkt auf dem Spieß. Dicken Wings. So, liebe Zuschauer, aber das sollte für heute gewesen sein. Ähm, wenn du ein bisschen düngen und dann gucke ich noch was zu tun ist. Aber ich glaube, so arg viel haben wir nicht mehr. Wir haben noch das Grasfeld. Mal gucken, ob ich das... Ja, eigentlich wird es wahrscheinlich reichen, wenn ich das heute noch mähe. Das muss ja gar nicht... Das kann ja im Juli auch gesammelt werden. Vielleicht würde ich gleich doch noch mal euren zweites Mähwerk mit einsammeln. Na klar. Dann machen wir das auch, liebe Zuschauer. Nicht mit euch. Wir sind mal hier nur alleine. Und dann sagen wir Tschüss. 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 Schreibt uns mal was Nettes in die Kommentare. Über... Es muss zum Thema Hühnchen sein. Eine nette Geschichte. Oder was ihr schon mal mit Hühnchen erlebt habt. Es geht um die Hühnchen. Da dürft ihr gerne mal was zu schreiben. Und sei es nur ein... So eine Bauernweisheit, ne. Sowas wie... Kräht der Hahn in der Früh auf dem Mist? Ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist? Sowas. Laut mit den Sätzen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade. Tschüss.